Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkursgaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Wir befinden uns im Prager Rotlichtviertel und suchen nach einer Informantin von... Achja, das Ding haben wir bestellt beim letzten Mal. Uh, ich glaube, ich habe es gerade getrunken. Sehr schön. Wir suchen nach einer Informantin eigentlich. Ähm, die scheint sich allerdings nicht hier unten zu befinden. Vielleicht befindet sie sich oben. Oder hier drüben gibt es halt auch so eine... Nein, das hier ist der Ausgang. Ja, das ist hier hinten. Achso, hier sind so eine Fenster. Oh, okay. Ach, und hier gibt es noch eine Nebentür, scheinbar. Wenn wir uns ja immer aufmachen für schlechte Zeiten. Ähm. Okay, also sie scheint nicht hier unten zu sein. Die Dame, die wir suchen. Hier sind die Toiletten. Da scheint sich auch niemand zu befinden. Ja, und die scheinen hier Optis gegenüber ganz offen eingestellt zu sein, tatsächlich im Club. Das hatte uns ja auch die Barkeeperin beim letzten Mal schon bestätigt. Ach was, die Männertoilette hat keine Tür, ja? Ja, auch so ein Trend, den man tatsächlich ab und zu mal findet, dass Toilettentüren einfach rausgenommen wurden, damit da drin keiner Unsinn macht oder sowas. Ähm, merkwürdig, ehrlich gesagt. Aber hey. Ja, lass mich doch mal durch. Ein Schläger. Ja, okay. Äh. Untertitel und Besprochenes haben nicht miteinander übereingestimmt. Was könnte sie sein? Hallo. Hi. Du bist leider nicht die Frau, die ich heute Abend suche. Ich bin sorry, aber ich bin immer wieder über das alles. So, sie hat einen Flings mit einem Augmentator-Gigolow. So, was? Die Frauen benutzen Sex-Töne zusammen alle Zeit. Ich bin ein Freund, aber ich bin ein Freund. Okay, sofort. Ich gucke mich hier nur kurz um. Ähm. Mit Seil. Moment, was ist das hier? Tatsächlich. Schön. Noch mehr Seil. Ich mache mir die Tür wieder zu, ne? Damit die hier noch ein bisschen Ruhe haben, beide. So, hier haben wir noch so ein Private Room. Es geht sogar noch weiter nach oben. Hier ist allerdings leer. Okay, also die Räume hier sind gleich ausgestattet. Aber wir haben das. Ashanti Enterprise. For all you need to get through the day, Ashanti. Ich bin der Meinung, das kennen wir schon, aber da müsste eigentlich ein Interview kommen. Äh, das wir noch nicht kennen, denke ich. Na gut, das ziehen wir uns dann mal demnächst rein. So, hier gibt es auch noch so ein paar Kabinen. Videokabinen? Hmm. Scheinbar ohne Bedienelemente. Das ist schön für dich. Cool. Hi. Schöne Orientierungsfarbe. Okay. Gut. Hm. Tja, die Informantin macht sich etwas rar, wie es aussieht. Ja klar, bei denen sollten wir auch nochmal vorbeigehen, wirklich. Ja. 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 Die Vaga-Regierung hat zugestimmt. Ich glaube jetzt sind wir einmal durch mit der Schleife. Ach, das ist im Manager's Office. Da scheint gerade ein illegales Kartenspiel. Vorsicht zu gehen. Ist das hier Kadlec? Masa Kadlec, okay. Masa Kadlec. Ich bin der Herr von der Red Queen. Ich mache eine Art von wissen, dass alles wichtig ist. Aber du? Du? Ich weiß nicht. Es könnte ich nicht wichtig sein. Oh, bitte. Hast du dich in Amir gesehen? Außerdem, ich habe eine Gesundheit. Es ist wichtig für eine Mutter. Mom würde ich nicht überrascht sein, dass ich in einem Ort wie dieser sein bin. Wirklich? Ich kann es nicht vorstellen, warum. Eine gute Zeit hat niemandem nie verletzt. Es hat nichts zu tun, als es ihnen lieb ist. Also... Äh... Ein kleiner Übersetzungsfehler hier. Ja, was nehmen wir denn da? Ja. Das ist unfall. Okay, cool. Um... This place... It's a Diwali-run operation, is that right? Half of Prague is a Diwali-run operation. My family has a god-given talent for overseeing things. And, well... Poor Prague. It was in sore need of oversight. And what do you oversee, exactly? I oversee this club, obviously. As well as certain relationships. Certain efforts that require a matriarchs touch. And the comings and goings of certain strangers, who ask too many questions. I'm flattered if that was a threat. Be careful, Metal man. You don't really belong here. That's what they tell me. What can you tell me about the red light district? Oh, you can't be that naive. Then again, we don't get many of your kind through here. As clients. And why is that? Because the Diwali is controlled. Now, if an Ogg's money is good, it challenges our preconceptions. We can be very accommodating. Still, when it comes to your kind, some among us are... What's the word? Verengstigt. Ja, eingeschüchtert. Ignorant. Skeptisch. Ja, ignorant. Ignorant? No. Our mistrust is not based on ignorance. A man's wants, desires, demands. Those are predictable. But technology has proven itself most unpredictable, don't you think? Nope. I've heard enough for now. Leaving already? You don't look shy. Ah. Interessant. Masa Kadlek, die Besitzerin hier. Und hier drüben muss es aber noch einen Raum geben. Ähm. Und das hier sieht eigentlich aus, als wenn es die Tür wäre. Make sure to show respect. Hm. Verdächtig. Ja, keine Ahnung. Wir finden bestimmt noch raus, wie wir da reinkommen. Denke ich mir. Für den Moment verkümmeln wir uns erstmal nach oben. Wir suchen ja immer noch, wie heißt der denn? Dopamila? Das ist die weibliche Form von Dopamia? Na okay. Gut zu wissen. Ach das hier ist äh Antoni Kadlek tatsächlich. Es ist mein Glück, dir zu servieren. Was würdest du gerne? Äh nix, danke. Ach wir nehmen noch ein Whisky. Hier bist du. Ist das alles? Äh ja. Ich bin gut für jetzt. Wenn das alles verändert, werde ich hier warten. Was? Ach sie. Haben wir andere Interaktionen, wenn wir betrunken sind? Ne. Da bekommen wir gar keine. Toll. Oh, was geht denn hier ab? Ach sie. Dobromila. Ja, wir können dann ganz ruhig bleiben. Äh ja, ich weiß von ihrem Treffen und ich will Vince auch finden. Vielleicht können wir einander helfen. Oder wir können bluffen. Halten sie es für klug, an einem Ort wie diesem meinen Namen laut zu sagen. Ah, wir sind heuerlich. Ich weiß über eure Gespräche. Und ich bin so sicher, dass Vince wie du bist. Vielleicht können wir uns anderen helfen. Wer bist du? Was ist das, was du glaubst? Vince und ich arbeiten zusammen. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, was er macht. Und ich weiß, dass es Leute über ihn sind. Tja. Jetzt wollen wir herausfinden. Tja. 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 Die beiden Wachlaute da sind gerade abgedampft Ja, das ist auch tatsächlich ganz cool, um sich da einen Eindruck zu verschaffen, nur das hier ist nicht weit oben genug, würde ich sagen Hi, von hinten angeschlichen Die Ninja Note So, da haben wir eine Zeitung. Ja, ich habe immer noch keinen Plan, wie wir da in diesen einen Raum reinkommen Ich hätte eher vermutet, dass man da durch das Office reinkommt Aber es macht einfach nicht diesen Eindruck Klar Ja, keine Ahnung Ja, vielleicht kommt man da von außen ran oder so Eher nach unten wollen wir Ok, und dann müssen wir nochmal gegenüber in die Bar, um uns mit... mit wem wollten wir uns da treffen, Leute? Ich weiß es gerade gar nicht Ich weiß es gerade gar nicht War erledigt Ach, Stannik Ah, richtig, der wollte sich ja mit seiner Tochter da in der Bar treffen Wir wollen mit ihm reden Weil er, ähm, der Zünder der Bombe, die in Rosika hochgegangen ist, war mit einem Timer ausgestattet, der aus einer seiner Uhren, also er ist Uhrmacher, hergestellt wurde Und das ist natürlich schon, äh, was relativ interessant ist Tja, keine Ahnung Äh, da oben dieser Sperrbereich Ist halt ein Sperrbereich Toll so Und hier, diese Bar ist das? Ja genau, der Irish Stuhl Ach, da kommen wir wahrscheinlich von da aus rein, ne? Das sind ja die Bali-Schläger So, dann schauen wir mal Hi Welcome to the Irish Stuhl, buddy Pull one up and I will see what they can do for you Irish Stuhl Catchy name Very evocative I like to think so So, well, what will it be? Ähm, ähm, ne, bin ich alles nicht so spannend hier Not right now, thanks I've got something to get to Was, da könnte die Tochter sein, weiß ich nicht Have you seen a Bachelorette Party around here? I got distracted by... Well, you know Ja, alles klar Ach so, die Bar ist unten Hey, I am a citizen I have rights You cannot detain me without charging me This, I know And I know you're gonna sit there quietly and wait with us like a good little watchmaker I've got this, Agent Riley You and your partner can relax for a few minutes Wait a minute I know you You've been in my shop What is this? You have some things to answer for, Mr. Stanek We have evidence linking you and your shop to the train station bombing Bombing? No I would never I... I wouldn't even know where to start I... You have the wrong man I... I... I don't have a staff It's only a... A small shop You know that It... It's Jensen, right? Your name? It is Think, Mr. Stanek Is there anyone else who had access to your shop? There's only myself and my... Your daughter? No, no Look Take me in I'm the one you're looking for, not her I... I have made bombs for them I don't think so Protecting your daughter is admirable, Mr. Stanek But you're not doing her any good by taking the blame You need to tell me what you know I... You're right, I know Allison was in the military She always wanted to belong To be part of something greater than herself She was such a beautiful child Gifted What happened? After the incident, she met some... People They said they were her friends I could see they only wanted to use her Parasites And... And now... Now... They have taken her You must help She is not to blame for this She has been coerced Calm down What do you mean they've taken her? Allison and I were supposed to meet here tonight Instead one of them came by spewing curses about fleshers and naturals He gave me a message from her She was... She was... Saying... Goodbye But she would never... They used her And now they intend to make her disappear Okay Interessant to buy and what? Okay Your shop was firebombed People in the area... Ach so... Der Laden Shop... Did they ask you for protection money? Redic? Nicolazzi? No I make him watches for a discount I was never a wealthy man but my shop was well known and respected After what happened to Allison Redic knew I needed all the money I had So you worked out a different arrangement So why would the Diwali firebomb your store? Redic is a man of business If someone makes him a better offer Friendship means nothing to a thug What do you know about these friends of hers? Other than they were augmented? Not much They only spoke to Allison when they came to the shop As if anyone unaugmented was beneath them They kept talking about the ascension Whatever that means Ach Scheiße Die Kirche ist Maschinengotts Ne? Super Does your daughter have the expertise to do this? Much more than I do She was in the military EOD they called it Explosive Ordnance Disposal The bombs what? Yes She was happy in the military They augmented her, rebuilt her to make her better at what she did But after the incident she was dishonorably discharged She was lost That's when these new friends found her They exploited her And now they plan to discard her Okay Scheiße Where can I find Allison, Mr. Stanek? I wish I knew I would go and get her away from those people I was about to go looking for her when your goon showed up We'll find her I need you to go with these agents I'll have some more questions for you No I have to go I have to help her She's... She's all I have Please Let us do our job Find my daughter Or I will Hmm Smiley I spoke to Stanek He's not our guy But he has a daughter Allison Ex-military EOD She might be the bomb maker So what's our next move? Stanek says he doesn't know where she is But I think he's hiding something The agents are bringing him in Until he gives her up This investigation is stalled I'll make sure they lean on him See what he knows Good Let me know what happens Adam Janice heard the NSN conversation We recovered He agrees you two should meet Good Just tell me where There's an abandoned tourist information center In the central plaza Make sure you're not followed And I got something on Marchenko for you too Details are on a pocket secretary near the meetup point Look for a trash bin with a chalk mark above it You'll find it near the metro Got it I'll bet you anything she got it Ah ok Äh Jetzt können wir hier also in totem Briefkasten Weil du wollte dich ja vorher schon mal irgendwie absuchen ne Und äh Und wir das ja nicht hinbekommen Ach hier unten gibt's den Whisky I've got everything I need Everyone should be so lucky Pss Ja in der Tat The beer here is fine A traditional Pilsner Ah Alle buttons hat sie Ah ok Ich denke wir sind hier durch Und Wir müssen uns jetzt mal umsehen Ähm Beim nächsten Mal werden wir da also irgendwo hinreisen müssen denke ich Ich würde ja auch gerne bei unserem Doktor mal vorbeigehen Ne Wenn der mit seinem alten Klienten fertig ist Ich denke das sollten wir mal tun Auf jeden Fall So Interessante Orte Haben wir jetzt hier also in totem Briefkasten Äh Gerüchte Warnung Hilfrufe oder von einem Mann mit falschen Namen verkauft Geheimnisse Egal wie ich von diesem Ort erfahren habe Es lohnt sich Sie etwas genauer unter die Dute zu nehmen Äh Alex hat ein PDA mit Informationen über Marchenko In einem Mülleimer in der Nähe meines Treffkunds Mit Janus hinterlegt Ich muss nur nach einer vertrauten Kreidemarktierung Unweit der U-Bahn Station am Hauptplatz Ausschau halten Hauptplatz Soll denn der Hauptplatz sein Na gut Finden wir noch raus So Black ist weg Äh Und mit Janus Treffen ist jetzt unsere Hauptmission Okay Also kümmern wir uns erstmal um Black Und vielleicht schnappen wir ja noch ein zwei andere Nebenmissionen auf Irgendwie weiß ich nicht Ich hoffe Eigentlich muss es noch ein paar geben ne Und Ja für heute Wo sind denn unsere ganzen Nebenmissionen eigentlich hin Es müssen noch vier mehr sein ne Die 4 1 5 2 Wo ist die 3 sind wir an der noch Achja die 3 ist die mit links Und die 6 haben wir scheinbar noch gar nicht entdeckt Zum Beispiel Aha Müssen wir mal gucken Äh Wo wir die finden Schießestand gemeistert Okay alles klar Gut Für heute war es das Nungs und Mädels Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Hoffen natürlich dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid Und dann werden wir mal gucken ob wir Vincent Black auf Stöbern können Und was wir sonst noch für Unfug anstellen können Machts gut und bis dann Ciao Ciao